Er ist der einzige noch lebende Ex-Kanzler, den man überhaupt sprechen konnte. Und leider gibt es ja auch Frau Merkel als Ex-Kanzlerin, aber ansonsten gibt es halt nur ihn, nur Gerhard Schröder. Er hat extrem viel gesehen. Er hat einen Blick auf die Dinge von VW bis zur Digitalwirtschaft, bis zu Instagram natürlich auch. All das gibt es jetzt hier bei euch, oder bei uns vor allen Dingen im Video. Übrigens war ich nach dem Gespräch mit Gerhard Schröder noch bei ihm zur Hannoveraner Schlachtplatte zum Essen, zum Mittagessen eingeladen. Es war hervorragend, der Podcast, der jetzt hier gleich kommt, ist es hoffentlich auch. Auf geht's. Hallo Herr Schröder. Guten Tag, freue mich, dass Sie da sind. Sie sind ja mittlerweile auch Podcaster, ne? Ja, in der Tat. Und zwar nicht ohne Erfolg, über den ich mich natürlich freue. Ja, und wie kam es dazu? Ach, das hat mein früherer Regierungssprecher, Bela Ander, organisiert. Der hat mich davon überzeugt, dass in der heutigen Zeit Interviews wichtig sind, in Zeitungen. Ich bin nach wie vor Zeitungsleser, Magazinleser. Aber, dass man die direkte Kommunikation nicht außer Acht lassen sollte. Und insofern freue ich mich über den Erfolg dieses Podcasts. Vor kurzem hat ja der Friedrich Merz gesagt, dass sich so ein bisschen die Relevanz verschoben hat im Bereich der Nachrichten, hin zu denen die Nachrichten wirklich verursachen und weg von denen die Nachrichten verbreiten, wie das früher war. Würden Sie ihm da recht geben? Ich würde ihm nicht ganz recht geben. Ich finde, dass beides zusammengehört. Natürlich freut man sich, wenn man sich direkt an das Publikum wenden kann. Auf der anderen Seite ist Qualitätsjournalismus in Zeitungen, in Zeitschriften enorm wichtig für die Demokratie. Weil im Qualitätsjournalismus, wenn er dann gemacht wird und wenn nicht versucht wird, Konkurrenz zu den sozialen Medien zu machen, in puncto Schnelligkeit, in puncto Aggressivität, dann ist Qualitätsjournalismus wichtig für die Demokratie, weil er Einordnung von Themen, von Nachrichten leisten kann und leisten soll. Aber es reicht immer weniger Leute, hat man das Gefühl. Das ist richtig, aber das andere ist mindestens so wichtig, genauso wie Bücher ja wichtig bleiben. Wie Lesen wichtig bleibt, vor allen Dingen für die jungen Leute. Und nur auf dem Handy zu spielen und nur im Internet unterwegs zu sein, würde mir nicht reichen. Ich habe lernen müssen, dass das auch wichtig ist. Sie wissen, Politik ist vor allen Dingen Kommunikation. Und die direkte Möglichkeit, mit dem Menschen zu kommunizieren, soll man nicht außer Acht lassen. Aber ein gutes Buch und eine ordentliche Zeitschrift und eine vernünftige Zeitung würde ich nicht missen wollen. Würden Sie denn noch Ihren Spruch von früher, denn gibt es ja diesen legendären Spruch, zum Regieren braucht man Bild, Bams und Glotze. Der ist nicht mehr so richtig aktuell, oder? Nein, der ist nicht mehr so aktuell. Ich habe nichts gegen Fernsehen, ich sehe die Nachrichten, aber nicht sehr, sehr viel mehr. Außer natürlich, klar, Sport, Fußball, das ist ja keine Frage. Aber die Nachrichten, sowohl bei heute als auch bei der ARD regelmäßig, würde ich auch nicht missen wollen. Aber in der Tat, diese elektronischen Medien, die verlieren an Bedeutung. Und sie verlieren an Bedeutung umso mehr, als sie versuchen, sich dem, was man die sozialen Medien nennt, die ja gelegentlich auch durchaus asoziale Medien sind, wenn ich mir die Hasskommentare so anschaue. Also wenn man versucht, mit denen Schritt zu halten, wird man scheitern. Sind Sie denn viel da aktiv? Also haben Sie einen Facebook-Account oder einen Instagram-Account, die Sie selber hochschirfen? Nein, habe ich nicht. Meine Frau hat einen Instagram-Account, auf dem ich mir natürlich, weil wir ja verheiratet sind, und auch gemeinsames Leben in diesem Account zum Ausdruck bringen wollen. Ich selber bin bei LinkedIn, nicht ohne Follower. Oh, da muss ich mal nachgucken, wie viele Follower haben Sie denn da? Ja, gucken Sie mal. Da bin ich jetzt neugierig. Wollen wir mal hier direkt mal den Live-Test machen? Das hätte ich natürlich, also, so, jetzt mal direkt schauen. Tatsächlich, hier, 34.000 Follower und ja, okay, und auch regelmäßig aktiv. Ich sehe, Sie kommentieren sogar. Ja, ja, klar. Also jeden Tag sind Sie da? Nicht jeden Tag, aber doch relativ häufig, einmal in der Woche, soweit es möglich ist. Aber wirklich auch mit Zuspruch und mit interessanten Kommentaren von Menschen, die das Lesen gesehen haben. Also eine für mich neue Erfahrung, aber eine wichtige. Eine Frage, die ich Ihnen stellen wollte, das hat mit Social Media gar nicht so viel zu tun, aber Sie haben ja auch den US-Wahlkampf verfolgt. Ja. Und Sie sind jetzt ja selber im Alter der Kandidaten oder vielleicht des zukünftigen Präsidenten Biden, also zumindest Größenordnung, der ist jetzt, glaube ich, sogar noch älter als Sie, ne? Er ist ein bisschen älter, glaube ich, sogar noch. Also jetzt, wenn Sie so auf die Welt gucken, ist das für Sie, also sagen Sie, Mensch, da hätte ich auch noch länger richtig aktiv bleiben müssen als Politiker? Oder denken Sie, wie kann er das schaffen in dem Alter? Wie ist Ihr Blick auf die Situation? Na, ich hätte kein Problem damit. Aber nachdem die Wahl 2005 verloren gegangen ist, war für mich klar, ich gehe wieder in meinen alten Beruf als Rechtsanwalt zurück und dies durchaus gerne. Denn beides waren Traumberufe für mich. Auf der einen Seite Rechtsanwalt wollte ich immer werden und auf der anderen Seite politisch zu arbeiten und möglichst prominent zu arbeiten, das ist ja auch gelungen. Und insofern, ich bin ein glücklicher Mensch. Aber trotzdem die Frage, weil Sie das ja so gut einschätzen können, sowohl von dem, was es heißt, so ein Amt auszuüben, als auch, was es heißt, ein gewisses Alter zu haben. Das kann man ja vielleicht, wenn man jetzt 40 ist wie ich, gar nicht so genau einschätzen. Weder habe ich jemals ein Amt gehabt, noch habe ich das Alter. Und jetzt sieht man da immer so diese beiden... So einen alten Daddy, ne? Wollten Sie sagen. Also man sieht ja Joe Biden und fragt sich, okay, das wird jetzt sozusagen der mächtigste Mann der Welt, in Anführungsstrichen. Der hat ja schon, das ist ja nicht unbedingt so einfach in einem gewissen... Oder sagen Sie, Mensch, da muss man sich keine Sorgen machen, der ist fit, das kriegt er schon hin. Ich glaube, dass in Amerika die Leute anders ticken. Wer in dem Alter Präsident werden will, der muss fit sein und muss ja veröffentlichen, dass er fit ist. Also im Grunde sind seine Gesundheitsdaten kaum noch private Daten. Und mein Eindruck ist, dass der beweglicher im Kopf ist als der gegenwärtige Präsident. Da sind Sie wahrscheinlich ganz froh, dass der jetzt weg ist. Hatten Sie auch verschiedentlich schon veröffentlicht, dass Sie sagen, das war eine sehr problematische Präsidentschaft, ne? Ja, ich finde auch, dass er das Land gespalten hat, mit seiner Art Politik zu betreiben. Er hat im Übrigen auch den Medien, auch den wirklich interessanten Medien, nehmen Sie die New York Times, die Washington Post, geschadet, indem er versucht hat, über Twitter sie zu diffamieren. Nur weil sie gelegentlich auch kritisch waren. Das geht nicht in einer Demokratie. Und Trump hat das Land mehr als aus dem Land guttod gespalten. Er hat es weniger regiert, als dass er es gespalten hat. Er hat ja auf jeden Fall sehr stark auf dieser sozialen Plattform genutzt, also Twitter selber, Facebook selber. Wie ist denn Ihr Blick auf diese Plattform? Also ich meine, das sind jetzt ja die wertvollsten Firmen der Welt zum Teil, also Facebook insbesondere oder Google, Amazon auch. Wie gucken Sie da drauf? Ja gut, es macht ja gar keinen Sinn, sich darüber zu beschweren. Das ist Teil unserer Welt, das ist Teil des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritts. Ich finde nur, dass man auch die Möglichkeit haben muss, wenn etwas auf diesen Plattformen veröffentlicht wird, was wirklich auch an die Substanz geht, an die persönliche Substanz, an Diffamierung, was auch immer, sich massiv dagegen zu wehren. Da habe ich gelegentlich den Eindruck, dass es da Leute gibt, die meinen, insbesondere in den Unternehmen selber, dass ihre unternehmerische Freiheit wichtiger ist als die Persönlichkeitsrechte derer, die als Politiker, Künstler oder was auch immer gelegentlich dann doch hart herangenommen werden, um nicht zu sagen diffamiert werden. Da muss es eine Balance geben, zwischen dem sich wehren können gegen solche Netzwerke und der Freiheit, der unternehmerischen Freiheit, auch der Pressefreiheit in eben diesen Netzwerken. Aber Sie haben ja wahrscheinlich auch nachvollzogen, wie genau die Mechanismen funktionieren, dass sozusagen negative oder polarisierende Äußerungen häufig noch mehr Verbreitung finden als moderate Äußerungen. Ist das nicht schon ein Grundproblem? Das ist ein Grundproblem. Und wenn das in Zeitungen, Zeitschriften passiert, jedenfalls in Deutschland, haben Sie jede Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Die Gerichte wägen ab zwischen Pressefreiheit auf der anderen Seite und Persönlichkeitsrecht auf der zweiten Seite. Und deswegen glaube ich, das gleiche Prinzip muss auch in den sozialen Medien gelten. Daher gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf, denke ich, weil es natürlich auch Aktivisten gibt, für die die Freiheit im Netz unendlich bleiben soll und Respekt vor dem Persönlichkeitsrechten anderer nur begrenzt da ist. Das finde ich schade. Und haben Sie vor der schieren wirtschaftlichen Macht dieser Firmen auch einen gewissen Respekt? Mit Blick jetzt auf Deutschland, wenn man mal guckt, was diese Firmen wert sind und wie unsere Wirtschaft vorstellt? Naja, wir haben ja zum Beispiel mit SAP auch einen ganz wichtigen Player in diesem Bereich und den sollten wir auch pflegen, nach meiner Meinung. Natürlich wird es wahrscheinlich so sein müssen, dass insbesondere bei der Frage, wie geht man mit dem Datenvolumen um, dass Europa da noch etwas im Hintertreffen ist. Deutschland zumal nur ein Beispiel zu nennen. Digitalisierung wird ja eine der zentralen Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung sein. Meine Frau ist, wie Sie wissen, Koreanerin. Die war wirklich überrascht, dass man hier eine Tür, die eigene, mit einem Schlüssel aufmachen muss und dass das nicht digital geht und in vielen anderen Bereichen auch. Die war überrascht und das war ja schon ein Fortschritt, dass man eine Woche braucht, um einen Internetanschluss zu kriegen. Das geht da an einem Tag. Da ruft man morgens an, nachmittags ist er da. Ja, da sind wir noch ein bisschen zu langsam in Deutschland, was diese Frage angeht und da müssen wir aufholen. Aber ist das überhaupt aufholbar? Also wenn man sich anschaut, jetzt hatten Sie gerade SAP genannt, die sind jetzt so Größenordnung etwas über 100 Milliarden wert und dann reden wir von Google oder von Amazon. Die sind dann, das ist das Zehnfache wert, davon gibt es ja ganz viele. Ist das überhaupt jemals aufholbar? Das weiß ich nicht, aber jedenfalls muss man sich darum bemühen. Ich habe ja SAP genannt. Das ist nun ein Player, der absolut auf der gleichen Ebene spielen kann, zwar in anderen Bereichen, vor allen Dingen in Bereichen der Unterstützung der Wirtschaft, aber immerhin, darauf kann man ja stolz sein und das soll man auch. Und die Europäische Union muss über die Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, die sie hat, da muss mehr investiert werden. Also ich sage nur mal ein Beispiel, dass man immer noch in die Landwirtschaft Milliarden hineinsteckt, obwohl das Zweifel ist, was erhaft ist, was da an wirtschaftlichen Erfolg bei rauskommt und zurückhaltender ist in Bildung und Investitionen in diesem Bereich. Das kann so nicht bleiben. Glauben Sie denn an diese europäischen Projekte, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden? Da gibt es ja die Idee einer europäischen Suchmaschine oder eines Cloud-Angebots aus Europa heraus. Hat das eine Chance, also sozusagen mit öffentlichen Geldern sowas aufzubauen zu machen? Schauen Sie, ich bin kein Experte, aber ich denke, dass in vielen Bereichen das wichtig ist und wenn man öffentliche Gelder investiert, dann doch nicht in die Industrien von vorgestern, sondern in die neuen Industrien. Das gilt übrigens auch für die Automobilindustrie, wo man natürlich in E-Mobilität investieren muss. Aber ich sage leise hinzu, ich finde manchmal merkwürdig, dass die deutsche Automobilindustrie das, was sie wirklich kann und was längst noch nicht ans Ende gekommen ist, nämlich die Diesel-Technologie, so ein bisschen hat in den Hintergrund schieben lassen. Ich frage mich manchmal, wie wollen wir eigentlich Transportprobleme in Zentralafrika lösen oder auch in Asien? Meinen Sie wirklich, das könnte man mit der E-Mobilität machen, wo sollen denn die Ladestationen hin? Das wird also ein Mischmarsch bleiben zwischen den konventionellen Antrieben und dem, was gewiss wichtig ist und was vor allen Dingen die großen Deutschen machen müssen, Volkswagen, Daimler, BMW, wie sie alle heißen. Aber sie sollten das, was sie wirklich zur Spitze gebracht haben, nämlich diese Diesel-Technologie, nicht einfach so wie ein ungeliebtes Kind behandeln. Okay. Hatten Sie, als Sie im Aufsichtsrat waren von der VW und danach, Sie sind ja sozusagen als ehemaliger Autokanzler sehr nah an der Branche dran, mal ein Draht zu Tesla, die mal irgendwie so im Augenwinkel schon gesehen oder war das damals noch alles viel zu klein und viel zu irrelevant? Nein, leider nicht. Zu meiner Zeit war das wirklich noch nicht von wirklicher Relevanz und insofern haben wir uns darum relativ wenig gekümmert, wahrscheinlich auch ein Fehler. Darauf hätten natürlich die Mitglieder des Aufsichtsrates nicht alleine kommen können, sondern das wäre Aufgabe wirklich des Managements gewesen und da hat Deutschland, und das betrifft nicht nur Volkswagen, sondern die anderen auch, ein bisschen zu lange gewartet. Man hätte ja beides machen können. Die Diesel-Technologie war nicht ausgelutscht und hätte weiterentwickelt werden müssen. Gleichzeitig hätte man ja auch, denn die materiellen Möglichkeiten waren ja da, auf E-Mobilität setzen können. Und es ist ja interessant, dass Tesla jetzt in Brandenburg ist. Warum sind die in Brandenburg? Weil Deutschland Automobilland ist. Das, was man auch immer noch braucht, nämlich die industrielle Fertigung in der Automobilindustrie, das ist in Deutschland besser entwickelt als irgendwo anderswo. Und deswegen war das eine sehr kluge Entscheidung, von Tesla nach Brandenburg zu gehen. Ich meine, Sie kennen jetzt ja die Großkonzerne als ehemaliger Aufsichtsrat unter anderem von innen und kennen ja ein bisschen die Strukturen, wie da gearbeitet wird. Und das ist ja auch mit den Betriebsräten und mit der Bürokratie, die da natürlich stattfinden muss, gar nicht so einfach. Jetzt kommt so ein Tesla daher und die bauen in kürzester Zeit so ein Werk und da ist ein Mann, der Elon Musk, der scheinbar da alles entscheidet und sagt, okay, so machen wir das und alle folgen. Kriegt man da ein bisschen Angst, wenn man denkt, okay, wir treten quasi mit ganz anderen Strukturen an gegen so jemanden? Nee, Angst würde ich nicht sagen. Es gibt auch dort, man kann lernen davon, nämlich die Schnelligkeit der Entscheidungen sind ja wichtig, gerade bei großen Investitionen. Aber lassen Sie sich doch herstellen. Ja, aber auf der anderen Seite, was ist denn das Geheimnis des Erfolges unseres Sozialmodells? Unser Sozialmodell, die soziale Marktwirtschaft ist doch deswegen so erfolgreich, weil wir auf der einen Seite sagen, wirtschaftliche Kompetenz ist notwendig und wirtschaftliche Kraft und Entwicklung ist notwendig. Auf der anderen Seite aber auch sagen, genauso notwendig ist sozialer Ausgleich. Das heißt, das deutsche Modell, diese Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Gerechtigkeit, wenn diese Balance gehalten wird, ist das besser innerhalb in Europa als zum Beispiel auch in Amerika. Man sieht das übrigens auch bei einem anderen Thema, jetzt dieses Corona-Thema, dass Deutschland ein Gesundheitssystem hat, das manchmal ein bisschen bürokratisch ist, auch sehr teuer ist, aber in dem jeder, auch wenn er kein Geld hat, sondern Kassenpatient ist, sicher sein kann, dass er die beste Versorgung bekommt, die er für seine Krankheit braucht. Das ist doch was ganz Wichtiges für Menschen. Absolut, absolut. Dennoch ist es jetzt so, dass man das Gefühl hat, zum Beispiel, wenn man eine andere Firma, über Tesla haben wir jetzt ein bisschen gesprochen, Amazon, die sind jetzt so stark geworden, irgendwie in Deutschland, ganz Millionen von Menschen sind da Abonnenten von diesem Amazon Prime Angebot. Die Firma ist auch unfassbar viel Geld wert. Jetzt hat man das Gefühl, die Europäische Union weiß sich damit nur noch zu wehren mit so Kartellklagen oder Missbrauchsvorwürfen. Verfolgen Sie sowas? Ja, ich verfolge das generell. Ich glaube, dass sozusagen die Klagen muss sein gelegentlich. Kartellrecht muss beachtet werden, gar keine Frage. Und wenn dagegen verstoßen wird, muss man auch intervenieren. Aber ich glaube, das ist es nicht. Was die lernen müssen, Amazon, in Deutschland ist, dass sie ein Betriebsrat brauchen und dass das gut für sie selber ist, weil das nämlich Konflikte innerhalb der Betriebe vermeidet. Das ist ja das, was man lernen kann aus der Mitbestimmung. Und deswegen glaube ich, dass immer da, wo Verstöße gegen geltendes Recht gemacht werden, muss man intervenieren. Gar keine Frage. Auch auf dem Klagweg. Aber das darf nicht die zentrale Frage sein. Die zentrale Frage muss sein, die Beschäftigten erstens am Erfolg zu beteiligen und zweitens ihnen die Möglichkeit zu geben, ja, auch mitzubestimmen. Und dann werden auch Amerikaner merken, dass das gar nicht so schlecht ist für den wirtschaftlichen Erfolg. Denn wie ist das, das ist meine Erfahrung von Volkswagen, das will ich sehr deutlich sagen, dass die Betriebsräte und diejenigen, die als Betriebsräte im Aufsichtsrat saßen, mindestens so interessiert sind am Erfolg des Unternehmens wie das Management auch. Denn das sind ihre Arbeitsplätze und die Arbeitsplätze der Kollegen. Und deswegen, gelegentlich scheint es ja, wenn das so ein amerikanisches Unternehmen ist, gibt es ja auch in anderen Bereichen, dass sie sagen, was soll diese Mitbestimmung. Wenn sie nachdenken und mal erfahren, dass diejenigen, die auch was zu sagen haben im eigenen Betrieb, dass die auch besser arbeiten, dann würden sie erleben, dass es eine Balance gibt zwischen der Mitbestimmung auf der einen Seite und dem wirtschaftlichen Erfolg auf der anderen Seite. Sind Sie eigentlich Aktionär bei irgendwelchen von diesen Tech-Firmen oder generell diesen amerikanischen Firmen? Nein, ich habe keine Aktien, weil das ist immer so ein Problem, wenn man, jedenfalls damals sowieso nicht, weil man ja das eine oder andere auch erfährt und dann hätte es ja ein Problem gegeben. Klar, in dieser aktiven Zeit als Kanzler ist es schwierig. Ja, ja, ja. Ich habe eine Aktie, glaube ich. Jetzt kommt's, VW. Nein, ich habe eine Aktie. Hannover 6.9. Nein, ich habe eine Aktie. Von Conti. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe damals als sogenannter Garantor darauf achten müssen, dass die neuen Eigentümer bestimmte Ziele, die sie vereinbart hatten, auch einhalten. Und das konnte ich nur, wenn ich Aktionär war. Und deswegen habe ich eine Aktie gekauft und zwar zu einem Kurs von 28 Euro. Und das war so blöd von mir, weil ich hätte nicht einen, sondern ich hätte 100.000 kaufen sollen, dann wäre ich ein Wohlhabender Mann. Okay, aber das heißt, Sie haben sich da eigentlich für Geldanlage in dem Sinne an der Börse nicht... Nein, ich bin Kunde der Sparkasse in Hannover. Ganz bodenständig. Ganz bodenständig. Okay, okay. Lass uns nochmal ein bisschen das Thema wechseln. Ich will mal ein bisschen, wir haben jetzt in den USA gesprochen, ein bisschen über Russland sprechen, weil das ist ja auch ein Thema, das für Sie sehr wichtig ist, das irgendwie eine große Rolle spielt. Wie ist denn so Ihre tägliche Beziehung, sind Sie ja auch Aufsichtsrat, also da sind Sie aktiv? Ja gut, ich bin Aufsichtsratsvorsitzender von Rosneft, ist ja die größte Öl-Company der Welt, ist ja größer als Exxon, das wird ja immer vergessen. Wie viele Sie darüber werden? Aber das ist ein internationales Unternehmen, schon, die sind an der Börse in London gelistet, Inhaber ist nicht nur der russische Staat oder die Holding des russischen Staates, sondern Inhaber, also Eigentümer ist Katar, ist BP zu erheblichen Anteilen. Das ist ein internationales Unternehmen und sehr erfolgreich, aber natürlich auch im Moment das eine oder andere Problem, aber weniger als andere. Und das zweite ist, das sind die Pipeline-Gesellschaften, die beiden, Nord Stream 1 und Nord Stream 2 und da bin ich auch aus wirklicher Überzeugung drin, denn wenn wir auf der einen Seite, was ich ja organisiert habe als Kanzler, aus der Kernenergie aussteigen und auf der anderen Seite wegen der Klimafragen auch die Steinkohle und die Braunkohle nicht auf Dauer mehr behalten können, ja dann brauchen wir doch irgendwelche Möglichkeiten. Und allein Renewables werden das nicht, jedenfalls in absehbarer Zeit nicht schaffen, also brauchen wir als Übergangstechnologie Gas, das ist auch wichtig, ist ja auch umweltpolitisch sehr viel besser als die anderen fossilen Energieträger. Und deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit, mich da zu engagieren und zumal das Gas, was wir über die Pipelines aus Russland kriegen, bedeutend preiswerter ist als das, was uns die Amerikaner gerne verkaufen möchten. Dazu noch eine Frage vielleicht, weil Sie den Kernenergieausstieg gerade angesprochen haben, nehmen Sie wahr, dass ganz viele so Investoren, Wagniskapitalgeber, wirtschaftliche Visionäre, sag ich mal, nicht jetzt Verrückte, sondern dass die sagen, dieser ganze Atomausstieg, das ist eigentlich nicht möglich so, wir müssen, das ändert sich ja auch, die Technologie ändert sich, da wird viel sicherer, es gibt vielleicht kleinere Reaktoren, all sowas. Dass man sagt, wenn man wirklich umweltschonend agieren möchte in Zukunft, das müssen wir ja wohl offensichtlich, dann führt eigentlich kein Weg an der Kernenergie vorbei. Renaissance der Kernenergie, meinen Sie? Also, ich sage viele von der Technologie. Naja, ich habe schon verstanden, gar keine Frage, ich bin anderer Meinung. Weil das zentrale Problem, was uns damals auch bewogen hat, zu sagen, wir müssen da raus, ist ja die Mangel der Entsorgung. Das heißt, niemand weiß, wo mit den abgebrannten Brennstäben hin, wir haben ja bis heute kein einziges Endlager, wir haben Zwischenlager, aber kein einziges Endlager. Jetzt hat die Kommission, die sich damit beschäftigt, im Auftrag der Bundesregierung entschieden, Gorleben geht nicht. Alle haben ja immer da hingeguckt und ich habe immer schon gesagt, als Niedersekscher Ministerpräsident, in Gorleben wird nichts verbuddelt, außer Kartoffeln. Und jetzt weigern sich die Bayern, interessanterweise als große Befürworter der Kernenergie, auch nur darüber nachzudenken, ob im Granit in Bayern nicht vielleicht doch ein sicheres Endlager errichtet werden könnte. Das heißt, die Renaissance scheitert an der mangelnden Entsorgung und deswegen macht das gar keinen Sinn, darüber nachzudenken. Was wir wirklich nach vorne bringen müssen, sind die erneuerbaren Energieträger, das tun wir ja auch besser als alle anderen in der Welt und wir brauchen für eine Übergangszeit Gas. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie jetzt so Aufsichtsratschef von so einem Weltkonzern sind, sind Sie da tagtäglich gefordert? Nein, nicht tagtäglich, sondern die Aufsichtsratssitzungen, die sozusagen unter Anwesenheit stattfinden, jetzt weniger als früher, sind vier bis sechs Mal im Jahr, die dauern dann aber schon einen Tag. Und das ist schon sehr intensiv, was da gemacht wird. Und im Übrigen gibt es auch die Möglichkeiten, die auch genutzt werden, der Digitalisierung wegen von hier aus die wichtigen Entscheidungen zu beeinflussen. Das ist überhaupt kein Problem, weil wir sind so ausgerüstet, dass wir das auch hinkriegen, ohne dass da zu viele mithören können. Ich habe gerade mal nachgeschaut, also 64 Milliarden ist scheinbar die aktuelle Marktkapitalisierung, Größenordnung von Rosneft. Das wäre, wenn es eine deutsche Firma wäre, eine der größten Firmen in Deutschland. In der Tat, ja, ja, aber das ist ja auch in Ordnung und ich freue mich auch darüber, da zu lernen, was da für Probleme sind, auch im internationalen Geschäft. Schauen Sie, also zum Beispiel mitzubekommen, wie die Verhältnisse etwa in der OPEC, wo Russland ja kein direktes Mitglied ist, wie das geregelt wird, um einigermaßen vernünftige Preispolitik und auch Förderpolitik machen zu können, das ist schon eine neue Erfahrung, die wert ist, dass man sie macht. Wie kam das eigentlich, dass Sie dieses Amt sozusagen angetragen bekommen haben? Also klar, Sie waren Bundeskanzler in Deutschland, das ist schon jetzt irgendwie ein Spitzenjob offensichtlich, aber haben die einfach angerufen oder sagen, Mensch, hast du Lust? Nein, die haben in der Tat jemanden gesucht, der sozusagen sowohl die internationalen Investoren, also wie Katar oder auch BP, aber auch eben die russische Mehrheit respektiert und dann sind die offenkundig auf mich gekommen. Ist ja nicht schlecht. Wie ist denn Ihr, also wenn man die Medien liest und ein bisschen sich vorbereitet, dann ist ja das, Ihr Verhältnis zu Putin, irgendwie kommt es ja früher oder später dazu, dass man das darüber geschrieben wird. Ich dachte, dass Sie das ansprechen. Genau. Wie ist denn das? Also haben Sie denn wirklich eine Freundschaft? Ja, das ist in der Tat eine Freundschaft, die begonnen hat in unserer aktiven Zeit, also in meiner ist er noch aktiv, aber die danach auch weitergehalten hat. Wir sehen uns vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Mehr ist natürlich nicht meinetwegen, seinetwegen, er hat ja nun wirklich viel um die Ohren. Dieses Land zu regieren ist ja verdammt nicht einfach und da hat sich was entwickelt im menschlichen Bereich, das ich auch nicht missen möchte in meiner Erfahrung und von daher wird ja immer wieder gefragt, sind Sie befreundet? Ja, sind wir. Und ich habe auch nichts, gar nichts. Und dann besuchen Sie in Moskau und dann geht man zusammen, also nicht irgendwie Abendessen oder Shopping oder so? Nein, natürlich, so einfach geht das dann auch wieder nicht. Also wir können nicht gemeinsam in irgendeine Kneipe gehen. Golf spielen oder? Nein, das geht gar nicht. Außerdem ist er, also sein Sport, da hätte ich keine Chance. Er macht Judo, er reitet, wie man weiß, das ist ja alles in der Öffentlichkeit. Da hätte ich nicht die Spur einer Chance, da würde ich mir die Gräten brechen, wenn ich mit dem Judo. Also es ist dann wirklich, man geht zum Essen oder so stehen wir das vor. Ja, und wir diskutieren, aber dann auch nicht über deutsche Politik, sondern das halten wir schon auseinander. Finden Sie, also bei ihm ist ja beeindruckend, wie er auch diese Klaviatur des Imagebaus da betätigt. Er lässt sich dann fotografieren mit nacktem Oberkörper am Reiten und so. Ist das, glauben Sie, das ist bewusst Inszenierung? Also würde man ja annehmen. Ja, wissen Sie, ich weiß das wirklich nicht, aber das ist auch nicht unser Thema. Okay, okay. Schauen Sie eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel Frau Merkel irgendwie Videobotschaften macht oder auch Podcasts? Nein, die schaue ich nicht, aber ich schaue mir dann schon eine Regierungserklärung im Fernsehen an und gelegentlich reden wir auch miteinander, so ist es ja nicht. Ach ja? Dass die auch mal sich einen Rat holt oder sowas? Nein, die brauche ich ja keinen Rat von mir, aber es gibt ja gelegentlich auch Dinge, zum Beispiel, wenn es darum geht, einem Journalisten in der Türkei zu helfen, wieder nach Deutschland zu kommen, diesen Herrn Yüksel, dann redet man und dann wird man auch gefragt, ob man vielleicht hilfreich sein kann, konnte man. Und dann redet man auch darüber, ist doch klar, also in Deutschland gilt doch Gott sei Dank, anders als gegenwärtig in Amerika, der politische Gegner ist kein Feind, ist ein Gegner. Das ist ja etwas unterschiedlich zu dem, was Trump in Amerika angerichtet hat. Er hat über Twitter innerstaatliche Feinderklärungen abgegeben und hat damit das Land in einer Weise gespalten, das einfach schlecht ist, weil das Land zu wichtig ist, nicht nur für sich selber und für die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger, sondern für die Welt. Und was soll, ein so gespaltenes Amerika kann seine Aufgaben als eine der wichtigsten Weltmächte nur bedingt erfüllen und deswegen ist es so gut, dass Biden gewonnen hat, weil möglicherweise, es wird sich in der Sache ja gar nicht so viel ändern, auch an den Kontroversen, die wir im wirtschaftlichen Bereich haben, nicht. Aber der Stil wird ein anderer werden und das ist ja schon mal ein Anfang, um besser miteinander ins Gespräch zu kommen. In dem Zusammenhang ärgern Sie sich manchmal, dass Russland so negativ gesehen wird hier in Deutschland oder auch Ihre Freundschaft zu Russland allgemein so kritisch gesehen wird? Ja, das ist eine Mediengeschichte und das ist bedauerlich, weil schauen Sie, wenn Sie sich mal historisch ein wenig umtun, dann weiß man doch, dass es auf diesem Kontinent immer dann friedlich war und Perspektive da war, wenn das Verhältnis Westeuropas zu Russland in Ordnung war, speziell Deutschlands zu Russland in Ordnung war. War das anders im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg, waren es Katastrophen. Und deswegen glaube ich, wird zu wenig darüber nachgedacht, wie wichtig das Land als, ja, als nicht nur für die Wirtschaft in Deutschland ist, für die Rohstoffe nicht nur, nein, auch politisch, um auf diesem Kontinent eine friedliche Entwicklung auch für die nächsten Generationen zu gewährleisten. Und die Vorwürfe, die dann sozusagen immer gemacht werden, sind ja vor allem mit Blick auf die Ukraine und sowas, können Sie die überhaupt nachvollziehen? Wissen Sie, damit muss man leben, wenn man in die Politik geht. Wäre es doch so schön, wem es in der Küche zu heiß ist, der darf nicht Koch werden. Der alte Spruch, ne? Sie sind ja sozusagen auch ganz überzeugter Niedersachse oder Hannoveraner. Jetzt ist, glaube ich, das Bestreben vieler Standorte in Deutschland so eine Art Clusterbildung zu betreiben, ein starkes Cluster zu werden, gerade so ein Tech-Cluster. Wenn man jetzt sozusagen aus nationaler Brille drauf schaut, dann macht es ja irgendwie keinen Sinn, dass jetzt München und Hannover und Berlin und dann noch Ruhrgebiet oder Köln und noch Hamburg, so viele Cluster kann es gar nicht geben. Wie ist denn da jetzt sozusagen, Sie kennen ja die nationale Brille und Sie kennen jetzt sozusagen die Hannoveraner Brille oder die niedersächsische Brille. Wer muss da zurücktreten? Weil so viele Tech-Cluster und Zukunfts-Cluster kann da ein Land gar nicht vertragen. Naja, also sagen wir mal, Digitalisierung mitzuentwickeln ist Aufgabe jeder Gesellschaft. Und jedes Landes. Aber ich würde immer sagen, okay, wir haben Automobilindustrie charakterisiert durch Volkswagen. Wir haben funktionierende Zulieferbetriebe in Niedersachsen. Warum machen wir nicht ein Cluster? Haben wir ja rund um Wolfsburg, was diese Frage angeht. Mobilität. Warum machen wir nicht ein Cluster, was zum Beispiel die Frage angeht, Vertrieb, also Logistik? Wird ja immer wichtiger werden. Wir haben über Amazon geredet. Also das sind doch Bereiche, in denen wir uns durchaus tummeln können und tummeln sollten. Und dann fände ich es gut, wenn wir führen würden bei der Mobilisierung von Wagniskapital für Startups. Das ist nicht nur eine staatliche Aufgabe, aber auch gelegentlich erlebt man ja, dass die Banken zu vorsichtig sind. Und vielleicht könnte man dadurch, könnte man in diesem Bereich über die Institutionen, die es etwa im Land gibt, also die Fördergesellschaften, die wir hier haben, sehr viel stärker dahin orientieren. Weil wer anfängt, hat meistens wenig Kapital, aber viel im Kopf. Und wenn man da etwas mutiger wäre. Also es ist meinst du auch in Hannover, dass man sowas in Hannover machen sollte? Ja, warum denn nicht? Es gibt ja solche Ansätze. Wir haben hier zum Beispiel bei der Stadt Hannover, das ist ein altes Conti-Gebäude, das es hier gibt. Und wo man dann versucht hat, Firmen die Ansiedlung zu ermöglichen, zu preisen, die die auch bezahlen können. Solche Aspekte, finde ich, müssen noch viel stärker ins Blickfeld geraten, weil die zentrale Frage ist, wie gehen wir mit Startups um, wie gehen wir mit jungen Leuten um, die von der Uni kommen oder noch da sind und die Wagniskapital brauchen. Das ist ja ein schöner Begriff. Und Wagniskapital heißt ja, es soll was gewagt werden. Na gut, und wenn die öffentliche Hand dann auch was abschreiben muss, okay, wir schreiben so viel ab, dann kann man doch auch da mal was abschreiben. Aber da sagen ja sogar auch, zu der These sagen ja sogar Wagniskapitalgeber, für eine gute Idee, es gibt ja ohnehin sehr viel Geld im Markt, das ist ja sehr offensichtlich, und für eine gute Idee und ein wirklich vielversprechendes Team, da gibt es sehr, sehr viel private Nachfrage. Man sieht jetzt ja in Deutschland gibt es ja Startups, die bekommen Bewertungen und Cash-Spritzen sozusagen, wie noch nie zuvor. Glauben Sie nach wie vor, dass da wirklich öffentliche Gelder sozusagen investiert werden sollten? Wenn nötig, wenn nötig. Wenn aber privates Geld da ist und investiert wird, umso besser. Nur, viele sind ja noch nicht auf dem Level, um an privates Kapital zu kommen, sondern in der frühen Phase braucht man offenkundig auch mal einen Anstoß und braucht man Unterstützung. Zum Beispiel häufig nur bei bürokratischen Fragen. Okay, das ist ja nochmal eine andere Frage, eine viel, viel fuhrphasigere Sache. Ja, aber häufig, nicht unwichtig. Wenn man lange auf eine Bauentscheidung warten muss, dann geht viel Kapital verloren. Gibt es in Deutschland Politiker, wo Sie sagen, Mensch, die machen Ihren Job richtig gut? Ja, gibt es. Aber Sie würden mir nicht sagen, wen? Doch. Ich nenne eine, die vielleicht nicht unmittelbar als Politikerin begriffen wird, aber die einen Job verdammt toll macht. Das ist die Frau des Bundespräsidenten. Müssen Sie mal schauen. Dieses Paar, die beiden, repräsentieren ein modernes Deutschland auf eine bestimmte und sehr intelligente, zugleich bescheidene Weise. Und einen nicht unerheblichen Anteil daran, natürlich in erster Linie ist der Bundespräsident selber, das ist klar, aber einen nicht unerheblichen Anteil, er würde es auch nie bestreiten, hat Frau Büdenbender, seine Frau, die das auf eine sehr selbstbewusste, zugleich bescheidene Weise macht. Also, das ist schon Kaliber. Okay, okay, krass. Also, die Antworten haben mich jetzt überrascht. Noch andere, auf die man vielleicht... Auch wenn ich jetzt da welche raussuche, wo sollen die herkommen? Aber ich sage Ihnen mal, ich war ja sehr skeptisch gegenüber einem der jüngeren SPD-Politiker, den Herrn Kühnert. Aber dann habe ich auf Vermittlung des Generalsekretärs mal mit ihm und dem Generalsekretär Abend zu Abend gegessen in Berlin. Und dann fand ich das ganz beachtlich und habe mal so geguckt, was macht er denn jetzt? Und dann habe ich jetzt ein Interview in der Zeit gelesen über die Frage, wie man mit den Leuten umgehen muss, die sich hier islamistisch betätigen. Nicht-Islam, so islamistisch und radikal betätigen. Das war, hätte ich auch sagen können. Also, der ist auf einem guten Weg, glaube ich. Okay, obwohl der ja eigentlich aus einer anderen Ecke kommt. Sie reiten ja immer so ein bisschen... Ja, klar, aber aus der Ecke kam ich auch mal. Okay, okay. Und international hatten Sie sozusagen im US-Wahlkampf, da gab es ja sozusagen, bevor es die beiden Gegner gab, also Biden und Trump gab es... Also, dass die Vizepräsidentin wirklich beachtlich ist. Die Kamala Harris. Ja, die ist so vom Typus her und auch von dem, was sie sagt und aus welcher politischen Ecke sie kommt, eine beeindruckende Frau. Sagen Sie mal ein bisschen, weil der Background so ungewöhnlich ist? Ja, einmal das, aber nein. Also, das ist ja ein bisschen, erinnert sich ja fast so an ihren Wert. Ja, und, und, das ist ja nichts Schlechtes. Ja, absolut. Wenn man weiß, wo man herkommt, weiß man auch, wo man hingehört. Okay. Verfolgen Sie denn, was so die, diese verschiedenen amerikanischen Unternehmenslenker so macht? Kennen Sie da von Nordrhein-Westfalen? Nein, also das ist ja auch, mein Englisch ist erstens begrenzt. Ich kann inzwischen diskutieren in Englisch über den Brexit und über Europa und die Perspektiven von Europa über das Verhältnis zu Russland. Aber ich kann nicht verfolgen, was sich in der amerikanischen Wirtschaft tut, außer mit dem, was ich in den deutschen Wirtschaftszeitungen darüber lese. Die lese ich schon intensiv. Und haben Sie das Gefühl, dass manchmal die deutsche Medienlandschaft da ein bisschen vielleicht in eine Richtung zu stark gefärbt ist, dass da manchmal Standpunkte fehlen? Dass auch sozusagen die Medien so diese Vielfalt, die es noch vor 30, 40 Jahren gab, vermissen lassen? Ja, das stimmt da ein bisschen. Aber das wird ja aufgearbeitet durch die Möglichkeit, sich über Internet selbst zu informieren, wenn man das tut und wenn man das kann. Und ich habe es lernen müssen, dann hat man doch eine Vielzahl von Informationen, die hilfreich sind. Aber wenn man, wie ich, nun nicht unbedingt am Aktienmarkt tätig ist, dann muss man ja auch nicht in die Interna gehen. Sind Sie denn jetzt so mit Corona und all den Themen, die uns jetzt sozusagen in den letzten Monaten beschäftigt haben, optimistisch mit Blick auf die nächsten, sagen wir mal, drei, vier Jahre für Deutschland? Bin ich, bin ich absolut. Ich finde im Übrigen, ich habe ja keinen Grund nur zu kritisieren, dass die Bundesregierung das alles in allem ordentlich gemacht hat. Und diese Konferenzen mit den Ministerpräsidenten, okay, das ist schwierig, war das ja mal selber, mit denen umzugehen. Aber alles in allem sind wir doch ganz gut durch diese Pandemiekrise gekommen. Noch ist ja nicht vorbei. Noch längst nicht vorbei und deswegen fand ich auch richtig, dass man jetzt diesen Teil-Lockdown angeordnet hat. Und ich hoffe, dass diejenigen, die meinen, das sei eine Verschwörung von Bill Gates oder von sonst wem, dass die endlich zur Vernunft kommen. Also ich wundere mich auch gelegentlich, das ist nicht meine Sache, das zu kritisieren, aber ich wundere mich gelegentlich, wie so ein Oberverwaltungsgericht dann einfach sagt, nein, auch wenn wir wissen, dass die sich nicht an die Maßregeln halten, die es dann nun mal gibt, dann genehmigen wir eine Demonstration in der Mitte der Stadt. Das gelegentlich würde ich mir wünschen, dass die Ernsthaftigkeit, die nötig ist, um diese Pandemie zu überwinden, sich auch in Verwaltungsgerichtsurteilen wiederfindet. Aber man hat das Gefühl, dass trotzdem viele Leute so ein bisschen Zukunftsangst haben, weil sich alles noch schneller geworden ist. Dann ist die Frage, was ist die Rolle von Deutschland in der Welt? Dann kommt die ganze Klimafrage rein. Sie halten aber so mittelfristig einen sehr optimistischen Ausblick weiter aufrecht? Das würde ich auf jeden Fall tun und im Übrigen wird im Januar ein Buch erscheinen, das die Antworten auf Ihre Fragen gibt. Lass es Ihr Buch sein. In der Tat. Wie wird das heißen? Bitte? Wie wird das Buch heißen? Das Buch heißt Letzte Chance, der Westen muss sich neu erfinden. Wir müssen wirklich Konsequenzen aus der veränderten Weltlage ziehen und ich versuche das zusammen mit Herrn Professor Schölken, der Historiker in Erlangen ist, wir haben gemeinsam dieses Buch entwickelt, versuche das so ein bisschen einzuordnen. Wollen wir mal schauen, was draus wird? Aber Sie sind… Ich schick's Ihnen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin neu. Ich habe ein paar Thesen vermutlich zu kennen, wenn man Ihren Podcast hört, da nehmen Sie ja auch Stellung. Und generell, wenn man recherchiert, ist ja ganz interessant, Sie sind ja weiterhin sehr präsent. Also es gibt, ich habe gesehen, bei einer Google-Eingabe, bei Google News, ich glaube so innerhalb von einer Woche haben Sie veröffentlicht in der Welt, im Handelsblatt. Also noch ein drittes Portal war auch noch ein Artikel von Ihnen, also Sie sind ja wirklich sehr da aktiv. Das ist Ihre Stimme noch dazu, aber das ist wichtig. Schauen Sie, man bleibt ja ein politischer Mensch. Also operative Politik ist für mich vorbei, das ist doch gar keine Frage. Aber wenn man sein Leben lang Politik gemacht hat und in Politik involviert wird, hört doch nicht auf, wenn man auf einmal kein Amt mehr hat. Ich will keins, werde auch nie eins mehr nehmen, aber deswegen kann ich und muss ich mich doch zur Politik äußern. Wie heißt das schon gut? Irgendwann wird man als Politiker zu dem, was man Political Animal nennt. Und das werden Sie nie wieder los. Wir wissen das jetzt mit dem Klimawandel, das ist als letzter Themenkomplex noch. Das hat ja zu Ihrer Zeit noch keine so große Rolle gespielt, diese Fragen. Jetzt sind die ja irgendwie riesig und wenn Corona weg ist, dann gehe ich davon aus, werden Sie sehr, sehr noch größer werden und uns sozusagen unseren Alltag sozusagen beschäftigen. Zunächst ist das ein absolut ernsthaftes Thema. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn ganz junge Leute sagen, das wird unser Leben sein und wir wollen uns jetzt schon einmischen. Ob dann alles richtig ist, was die eine oder der andere macht, das steht ja auf einem anderen Blatt. Und ob dahinter nicht auch Institutionen stehen, die, naja, also nicht nur an der Sache interessiert. Denn jedenfalls würde ich sagen, diejenigen, die sich jetzt als junge Leute in diesen Aktivitäten engagieren, ist doch besser, als wenn sie sich nicht engagieren. Und sie setzen Politik auch ein bisschen unter Druck, sonst würde es sich ja gelegentlich zu wenig ändern. Und insofern finde ich... Aber erinnert sich denn schon jetzt genug? Also glauben Sie, dass das... Nein, ich glaube, dass man auch in dieser Frage sehen muss. Nehmen Sie mal den Ausstieg aus der Braunkohle. Natürlich ist das unter Klimabedingungen eine richtige Entscheidung gewesen. Aber richtig war doch auch, dass man sie auf der Zeitachse realisieren will. Weil daran hängen doch auch Existenzen. Übrigens nicht nur von den Eltern, sondern auch Existenzen von den Kindern, denen das vielleicht nicht schnell genug geht. Und insofern, und im Übrigen gilt, in einer Demokratie muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Entscheidungen im Zweifel etwas langsamer getroffen werden als in einer Diktatur. Nur, was wollen wir denn? Aber haben wir denn die Zeit? Also ich meine, ich bin ja auch großer Fan an Demokratie und all die Vorzüge, die wir jetzt auch gerade erleben. Aber keiner kann Ihnen doch eine Antwort geben auf die Frage, ob wir noch Zeit haben. Wir müssen es schnell machen. Aber wir dürfen doch die Strukturen, die demokratischen Strukturen, in denen wir die Entscheidungen treffen, nicht wegen des Drucks der Straße, ich bin wirklich für Demonstrationen, habe früher ja auch selber daran teilgenommen, einfach außer Kraft setzen lassen. Das heißt, wenn wir beides behalten wollen, demokratische Entscheidungsfindung und möglichst schnelle Verbesserung der Situation, wir reden über Klimafragen, dann müssen wir wissen, jemand, der alleine regiert, kann das per order dem Mufti machen. Nur in China. Ja, zum Beispiel, wenn es denn passiert. Aber das ist noch nicht unser Bild von der Zukunft. Weil wir wollen den jungen Leuten doch nicht nur eine lebenswerte Zukunft, was Klima angeht, hinterlassen, sondern wir wollen ihnen doch auch eine Demokratie hinterlassen. Und sie müssen lernen in der Demokratie, dass in der Demokratie Entscheidungsfindung gelegentlich langsamer geht, als sie es vielleicht selber für richtig halten. Aber man sitzt in der Frage jetzt schon in einem heftigen Dilemma. Ja, natürlich, aber ich meine, diese Dilemma da gibt es doch in allen modernen Gesellschaften. Und wenn sie sie demokratisch lösen, wollen und müssen, und das sollten wir wollen und sollten wir müssen, dann brauchen sie etwas mehr Zeit, als wenn sie durchentscheiden können. Beschäftigt sich mit diesen Klimafragen, also sozusagen auch operativ, weil bei manchen Themen sind sie offensichtlich aufgrund ihrer ganzen Erfahrungen im Leben sehr, sehr nah dran, weil sie jahrelang Automobilindustrie sozusagen betreut haben oder erlebt haben und Energiepolitik und so. Aber ist es bei diesen Klimafragen, ist das auch so, dass sie da sozusagen diese wissenschaftlichen Aspekte auch so gut kennen? Nein, ich kenne sie nicht so gut, wie ich sie kennen sollte. Das wäre jetzt auch übertrieben, wenn ich mich jetzt hier zu jemandem stilisieren wollte, der in dieser Frage alles weiß, was es in der Wissenschaft anzubieten ist. Ich lese, versuche zu lesen, was Leute wie Edenhofer und andere sagen und darüber schreiben, aber ich würde mich nicht für einen Experten in diesen Fragen halten. Nochmal vielleicht, weil ich versuche, Ihre Lebenserfahrung und Ihren Optimismus, denn der erfreut mich ja, dass Sie sagen, Mensch, ich habe da jetzt eigentlich einen positiven Blick auf die nächsten Jahre in Deutschland, wo speist er sich her? Ja gut, schauen Sie, was haben wir denn gemacht seit dem Zweiten Weltkrieg? Wir haben eine Demokratie aufgebaut, die fest ist. Und ob es da so ein paar Leute von der AfD gibt oder so, das gibt es überall, aber das wird doch nicht den Kern unserer demokratischen Entwicklung infrage stellen. Wir haben zweitens ein Gesellschaftsmodell aufgebaut, das wir soziale Marktwirtschaft nennen, indem es zum ersten Mal in der deutschen Geschichte auch für die Arbeitnehmerschaft und diejenigen, die zu alt, zu jung, zu krank sind, ein auskömmliches Leben gibt. Nicht glanzvoll, das weiß doch jeder, aber ein auskömmliches Leben. Das ist ein Sozialmodell, das seinesgleichens in der Welt sucht. Das müssen wir verteidigen. Und das macht auch meinen Optimismus aus, weil ich glaube, die meisten Menschen hier in Deutschland wissen, dass das Verteidigungswert ist für sich selber und für die Perspektiven ihrer Kinder und Kindeskinder. Aber das Ganze ist ja auch gebaut auf der wirtschaftlichen Kraft, die wir haben in Deutschland. Das ist wahr. Deswegen sage ich ja auch, wer dieses Land regieren will, der muss sich auch um die wirtschaftliche Kraft kümmern, der darf sich nicht nur um die Frage einer gerechten Verteilung kümmern. Es kann nur das verteilt werden, was erarbeitet worden ist. Und machen Sie sich da keine Sorgen, dass sozusagen die wirtschaftliche Kraft ein bisschen leidet? Wenn man jetzt guckt, wir hatten es gerade über die Automobilindustrie. Tesla ist jetzt nicht fast Faktor 10 so viel wert wie die deutschen Konzerne. Es geht ja nicht nur um Wert, sondern es geht darum, es geht ja nicht nur um den Börsenwert eines Unternehmens, sondern es geht auch darum, was wird da produziert und wer partizipiert an der Produktion. Und das sind ja nicht nur die Shareholder, das sind auch die Stakeholder, wie wir wissen. Also insofern ist das Modell, das wir in Deutschland haben, eines, das eine viel gerechtere Basis legt für die Entwicklung der Gesellschaft als anderswo. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich möchte gegenwärtig in Amerika nur als absolut wohlhabender Mensch leben, sonst nicht. Okay. Und ich meine, am Ende ist es ja dann, könnte man ja auch sagen, auch egal, wem die Fabrik da in Grünheide von Tesla gehört. Hauptsache da arbeiten deutsche Menschen. Ja gut, ich bin ja für Investitionen. Dass Tesla da investiert, finde ich toll. Und ob die nun dem Inhaber da gehört oder nicht, das ist ja zweitrangig. Wenn die Arbeitsorganisation so organisiert, wie wir das für richtig halten, mit Mitbestimmung, mit Betriebsräten und das wird ja alles so sein. Was sollte ich dagegen haben? Ich bin der gleichen Auffassung, warum sollen nicht chinesische Investoren in Deutschland investieren, genauso gut wie amerikanische? Überhaupt gar kein Problem. Da muss man gucken, es gibt bestimmte Bereiche, nämlich zum Beispiel die Verteidigungsindustrie, in denen das nicht geht. Das ist aber in jedem Land so. Aber zum Beispiel eine Debatte anzufangen, ob Huawei sich nun an den G5-Netzen beteiligen soll, das halte ich für unsinnig. Wir müssen technologisch doch in der Lage sein, das, was wir schützen wollen, nämlich Informationen auch zu schützen. Wenn Deutschland das nicht mehr kann, wer soll es denn dann können? Also das heißt, Sie würden sagen, das sollen die ruhig dürfen. Ja, ich habe damit kein Problem. Okay. Und haben Sie generell sozusagen mit Blick auf China ein bisschen Sorge, dass da irgendwie, ich hatte vor kurzem, als ich den Handys zum Podcast drauf, China ist ja für VW ein wahnsinns Absatzmarkt, generell für deutsche Automobilkonzerne. Wenn die irgendwann sagen, ach, wir kriegen das ganz gut alleine hin, wir nehmen jetzt zwei diese ganzen deutschen Autos, die brauchen wir nicht mehr, dann haben wir natürlich hier von einem Tag auf den anderen ein Riesenproblem, weil weder unsere ganzen... Das werden die aber nicht machen. Das bedeutet zugleich, dass wir immer besser sein müssen, als das, was andere können. Das ist ja das, was man Wettbewerb nennt. Was ich für falsch halte, ist sozusagen, den Chinesen vorwerfen zu wollen, dass sie selber etwas tun wollen, dass sie sich entwickeln wollen. Wir haben, die waren alles unsere Freunde, als wir sie als verlängerte Werkbänke sozusagen betrachtet haben. In dem Moment, wo sie Konkurrenten werden, fangen wir auf einmal an, über administrative Maßnahmen dagegen nachzudenken. Im Übrigen sind wir doch ein Land, das von der Offenheit der Märkte lebt. Und wieso sollten wir das, was wir selber wollen, anderen verwehren? Und deswegen glaube ich, dass dieser Versuch, die Entwicklung Chinas zu bremsen, der insbesondere Kern des Handelskriegs zwischen Amerika und China ist, der kann nicht gut gehen. Und wir sollten uns daran nicht beteiligen. Aber ich meine, das Risiko ist, dass China da selber so agiert, ne? Ja, es gibt ja kein risikoloses Leben in der globalisierten Welt, wie wir wissen. Okay, alles klar. Na gut, also ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht hören. Vielen, vielen Dank. Bitte, gerne. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.